Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Uncharted 3 hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und, wie ihr seht, weiter geht's. Alles klar. Blinder Passagier. Käpt'n, Käpt'n, wir haben einen blinden Passagier an Bord. Was soll ich mit dem machen? Schmeiß ich ihn über den Bord. Käpt'n, Käpt'n, was mache ich jetzt mit seinem blinden Hund? Entschuldigung. Flachwitz-Challenge. Ja, super. Ja, super. Alter, das ist wieder so, dass er trocken ist. Ich sag mal, wie... Ernsthaft? Ich muss verarschen. Ja, lass uns einfach mal reden. Auf den Kaffee. Schön, schai Latte. Also, jetzt kann ich... Was? Aber dafür, dass wir hier gerade... Es ist ganz schön nicht windig. Also, ganz schön nicht windig. Ich muss mich auch gerade konzentrieren. Auwa. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und tschüss. Danke, dass ihr Papa. Äh, 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 äh. Nein, 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 nein situation klar und lkw wird nur von so einem drahtseil gehalten und 40 dollar er kommt macht die luke zu und einer der jetzt nicht einmal schlagen und ich bin tot glaubt nicht der gode deckung alter das flugzeug singt jetzt sind wir mit dem schiff untergegangen jetzt alter was war jetzt das war jetzt woran bin ich jetzt gestorben ich kann das was ist denn los jetzt hier und schuss wo ein schiff untergegangen flugzeug abgestürzt der arme und du komm schön komm schon 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 Wo der Mann hinkommt, ist nur Chaos. Das ist gar nicht gut, Junge. Kali Wüste. Kali-Wüste, ist das die Gruppe Akali? Keine Ahnung. Was nu? Hey, ne AK. Das ist ein geiles Bild. Das ist ein geiles Bild. Großartig. Dann mal los. Ich hätte ja mal guckt, ob da noch irgendwie Wasser zu finden ist oder so in diesen Paketen. Da wird doch bestimmt auch nur noch Wasser sein oder irgendwas. Das überlebt, ey. Das sieht schon geil aus. Jetzt überlegt das Spiel jetzt von 2007 oder so. Ich brauche gerade nicht drücken, weil er läuft. Oh, ne doch. Ich muss drücken. Ich glaube, der läuft von alleine. Ja, komm schon, Junge. Hä? 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 Da bin ich wieder komplett... Da liebe ich das Spiel wieder. Wenn ich das sehe. Was das für Settings sind, das ist so Wahnsinn. Okay. Ich hasse Sand. Okay. So heiß. Ich muss... Wasser finden. Wasser. Wasser wäre gut. Wasser wäre gut. Das war's. Was? 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 Ich hab's das mal wieder. Hm. Ah. Okay. Nur hier damit. Wahrscheinlich ist das Ding leer. Also ich muss halten. Ich muss also drücken. Wahrscheinlich ist das Ding voll... Sandet. Ha! Egal, ob kalt oder warm. Hm. Hm. Sand. Hm. Verdammt! Mist! Okay, weiter geht's. Das muss ein Scherz sein. Wir haben eine Waffe. Und jetzt? Wahnsinn. Okay. Wo bist du, Sally? Wo bist du? Das ist toll. Dann ist alles wieder gut. Okay, da? Da ist Orion. Da ist der große Wagen. Mist. Ich hätte zur Navy gehen sollen. So lange überlebt er doch nicht in der Wüste. Da ist jemand. Da bewegt sich jemand. Da bewegt sich jemand. Da bewegt sich jemand. Hallo! Sally! Danke. Never ever. Komm schon! Komm schon! Was zum Teufel ist das? Eine Fahrt am Organer. Wie geil. Immer weiter. Immer weiter. Welche Wurzeln klammern hier? Das war laut. Welche Äste wachsen aus dem steinernen Abfall? Moment mal. Moment mal. Menschensohn, du weißt es nicht. Er rätst es nicht. Ach, super. Das ist der Probe. Wenn du kennst nur Bruchstücke von Bildern. Na toll. Wir sind mal dezent im Kreis gelaufen. Wo die Sonne strahlt und der tote Baum keinen Schutz spendet. Die Grille keine Erlösung und der trockene Stein kein Rauschen des Wassers. Verdammt. Ich laufe hier im Kreis. Das kannst du laut sagen. Nur dieser rote Felsen bietet Schatten. Komm in den Schatten unter dem roten Felsen. Was ist das? Warum labert die mich so zu? Und ich zeige dir etwas anderes als den Schatten, der dir des Morgens folgt oder der sich abends erhebt, um dich zu begrüßen. Ich zeige dir Furcht in einer Hand voll Staub. Krass, dass er so lange überlebt. Die zweite Nacht. Ja. Ja, da ist es ein bisschen kalt. Ja. Das heißt, es ist ein Arschstark erbacken, frieren. Zittern. Oh Gott. Ich will mich hinlegen. Nicht hinlegen. Nein. Nicht hinlegen. Nicht hinlegen. Nee. Gott, steh auf Junge. Steh auf. Sully. Nate. Sully. 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 Ja, komm, weiter gehts. Okay. Ich schaffe das. Ja, du schaffst das. Ja, wir schaffen das. Ja, du schaffst das. Ja, wir schaffen das. Westgeschäft. Komm, steh auf, Junge. Oh, bestimmt auch wieder eine Fada Morgana. So ein Glück, es ist ein Dorf. Wer sich freut. Ob das... Ich glaub noch nicht so dran. Das ist das, Junge. Keine Fada Morgana sein. Nein. Wer ist... ...in die Siedlung? Ach, Mann. Gut, aber ich würde mal sagen, wir machen mal hier eine Pause, weil es sind zwar gerade jetzt 17 Minuten, aber das sollte so passen fürs nächste Kapitel. Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare und gebt mir doch einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao. Und da ollier Not an. So. So. Vielen Dank.